guten morgen liebe traderinnen und trader es ist freitag wir blicken in die woche hinein was geschehen ist und selbstverständlich auch ein paar handelsideen heute wieder britisches fund japanisches yen us dollar norwegische krone und dem wti hans lütger guten morgen und alle die fragen haben gerne rein hier in die chats auf facebook oder auch auf go to webinar wir starten gleich hinein ins webinar wie schon gesagt freitags gibt es mehr content als nur die handelsideen das heißt wir blicken auch mal weit in die märkte hinein und schauen was so geschehen ist bei den großen indizes zuvor der risikohinweis der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen ich bitte das ganze in gänze auch zur kenntnis zu nehmen wie schon gesagt die heutigen themen es geht um die handelsideen es geht um den wochenausblick das heißt was kann die märkte nächste woche bewegen wir schauen auf den aktuellen stand bei den großen indizes und nachher im zweiten teil des webinars mit dem know-how schauen wir psychologie in unruhigen zeiten warum der montag hat es gezeigt es rappelt im karton und da wird der ein oder andere händler schon mal auf dem falschen fuß erwischt oder startet aufgrund fehlender erfahrungen sage ich mal falsche handelsstrategien da schauen wir was wir machen können live es gibt immer mal ein bisschen psychologie und gerade in den jetzigen zeiten ist es schon wichtig das auch zu sehen also rein in die handelsvorbereitung für heute mit dem blick in die tagesnachrichten sie sehen es es gibt heute morgen einiges aus großbritannien mit der höchsten relevanz startet alles hier um 10 uhr 30 rund um das thema brutto inlandsprodukt wir bekommen informationen zur produktion des verarbeitenden gewerbes und hier noch mal das monatliche bib in den veränderungen über die quartale dann am nachmittag noch eine wichtige information aus dem usa der verbraucherpreis index steht hier auf der agenda weiteres kann im laufe des tages immer mal wieder kommen aber die wichtigsten sachen sind damit genannt wir sehen es am nachmittag in den usa auch noch mal eine rede von einem fmc mitglied vormittags um 9 uhr 30 spricht lautenschläger von der ezb und am abend dann um 21 uhr 30 gibt es wie jede woche freitag die cot reports für diejenigen die hier mit hineinschauen möchte ich das ganze noch mit nennen gut das also zu den tagesnachrichten und dann zu den handelsideen für den heutigen tag gestern war ja auch wieder ein sehr sehr schöner tag gerade der nachmittag wo wir die kleine vorbereitung noch gemacht haben um die rede von herrn paul das hat wirklich in hervorragender manier funktioniert wir hatten ja darauf geschaut was die märkte hier gemacht haben die waren übergeordnet abwärts gerichtet um pauls rede gab es etwas zurückhaltung am anfang und dann sind die short setups sehr sehr schön getriggert worden also alles wunderbar am funktionieren gewesen das sieht man mal wie schön es ist eine marktvorbereitung auch zu machen und wie wichtig es ist und wenn der markt dann spielt was er soll bzw was wir geplant haben dann müssen wir einfach nur noch das traden was wir geplant haben ralf danke für den guten morgen das gebe ich sehr sehr gerne zurück auch dir liebe elena einen schönen guten morgen gehen wir in die handelsideen für den heutigen tag mit rein wir sehen es hier auf dem schirm gerade der chart vom britischen fund japanischen yen hervorragend schön gelaufen in der abwärtsbewegung wir hatten es ja schon gesehen der markt ist hier abwärts gerichtet gewesen er hatte hier oben seinen widerstandsbereich ist schön durchgelaufen hat auch gebrochen also planmäßig alles nach unten schön weit in die bewegung reingelaufen aber was jetzt kommt das ist das interessante das heißt die frage die sich jetzt hier stellt wieso ist denn das britische fund japanische jen heute auf meine agenda gerückt das hat einen grund schauen sie sich mal diesen starken abwärtskanal an wir sind hier eins zwei drei vier handelstage am stück ziemlich steil in eine richtung nach unten gegangen haben sogar noch dieses widerstandslevel beziehungsweise jetzt widerstandslevel vorher war es ein unterstützungslevel rausgenommen und sind deutlich drunter gelaufen das ganze also alles in relativ scharfer manier und wie es so ist was irgendwann steil in eine richtung geht kommt irgendwann zum stehen und bei solchen dingen muss man einfach darauf achten die erfahrung zeigt es gibt in solchen situationen häufig rebound potenzial je länger je steiger steifer so ein winkel ist je sag ich mal mehr das gummiband hier überdehnt ist umso ja sag ich mal höher ist die wahrscheinlichkeit dass es doch unter umständen irgendwann eine dynamische gegenbewegung gehen können wir haben jetzt hier im heutigen tage erste anzeichen dafür dass es soweit kommen kann wichtig wäre halt dass der markt hier über das tageshoch von gestern drüber geht und das ganze auch ich sag da immer so gerne mit schmackes also da muss dynamik rein und dann haben wir nach oben hin liegen zwei level erstmal in greifbarer nähe je nachdem wie weit so ein rebound nach hinten geht also in die gegenrichtung läuft wie schon gesagt hier dieses level wo wir hier diesen großen bereich gebrochen haben irgendwo um die 1 43 7 1 43 8 das wäre mal das erste widerstandslevel was man hier kurzfristig an laufen kann wenn es weiter läuft dann möglicherweise noch das tageshoch von vorgestern hier um die marke von 144 179 mit blick nach oben mit blick nach unten das ganze kann sich natürlich auch noch ein ganzes stückchen weiter fortsetzen wenn wir nach unten schauen und hier keine stärke sondern eher schwäche rein bekommen dann sehen wir auch dass sich der in der stunde laufend der abwärtstrend fortsetzt nächster anlaufpunkt nächstes anlauflevel nach unten was wir hier im markt sehen haben wir die marke von ungefähr 141 japanischen yen hier im chart mit liegen das ganze noch mal im blick der stunde so mich etwas kleiner und hier unten sehen wir was ich meine hier dieser bereich das war nach diesem schub so ein leichtes innehalten dann gab es noch mal den druck nach unten und jetzt wäre es halt so wenn wir hier aus dieser leicht sag ich mal dynamischen steigerung wir haben es ja schon nach oben gesehen jetzt kam es zurück aber wenn jetzt hier tatsächlich ein aufwärtstrend entsteht der hätte dann die chance erst einmal diesen kanal zu verlassen und zweitens halt ein stück weit nach oben mit zu laufen wie schon gesagt anlaufpunkte sind der widerstand beziehungsweise hier dieses leichte zwischenhoch was auch ein tageshoch ist das sieht man gut und schön in den trend verläufen währungspaar nummer zwei schauen wir rüber us dollar norwegische krone kommt nicht so oft vor dass wir diesen wert hier bewegen aber er hat halt auch gewisses potenzial um bewegung rein zu bekommen heißt wo stehen wir wenn wir uns diesen chart einmal ganz in ruhe vor augen führen dann sehen wir erstens hier oben ist definitiv ein widerstand drin knapp die marke 8 79 650 wir haben schon mal ein paar spike versuche nach oben gehabt die wurden aber komplett wieder abverkauft mit blick in den chart hier unten hat sich dann immer wieder der markt gefangen sozusagen einen boden gemacht der durchaus als anlauf level oder auffang level gelten kann das nur nebenbei wichtig ist wo stehen wir jetzt was kann kommen wir stehen mal wieder oben am level dieses widerstandes heißt also hier oben entweder der markt schafft es jetzt drüber zu laufen dann könnten wir auch wenn es erstmal nur ein spike ist kurzfristig hier drüben möglicherweise in die spike highs reinlaufen wird es eine deutliche bewegung oben drüber dann haben wir die chance wenn wir uns das ganze mal in der woche mit anschauen etwas höher zu laufen wir sehen es hier drüben wo wir jetzt stehen wir haben dann hier die nächsten anlaufbereiche hier oben drinnen da liegt die marke und das ist hier interessant das wäre der bereich wenn es hier über dieses level drüber geht der nächste anlaufbereich hier oben um ich hänge mal ein zettelchen dran die marke hier drüben was haben wir knapp naja knappe knappe neun haben wir hier oben was hatten wir im high wir hatten im high hatten wir 8,99 da haben wir es also das ist mal hier der bereich wenn wir tatsächlich oben drüber laufen wo der markt hier hin kann da muss aber erstmal die bewegung oben drüber kommen das heißt stabilisierung wird das kurzfristig passieren ich habe keine ahnung wenn ja setzt sich dieser trend den wir hier schön am laufen haben nach oben fort das kann man dann auch sehr schön durch die untergeordneten zeiteinheiten sehen mit kurzfristigem blick allerdings auf den markt jetzt da hole ich das fenster nochmal kurz rein sind es natürlich wichtige marken wir haben hier einen ja wenn man es aus jetziger sicht betrachten möchte erstmal so ein bisschen was wie so ein außenstab für das was hier läuft das heißt entscheidende faktoren sind wenn wir die unterseite betrachten was passiert hier unten das heißt wenn wir im heutigen tagestief schwäche reinbekommen wird es eher möglich dass wir die unterseite testen brechen wir durch tagestief von gestern bei 8,73,635 durch haben wir kurzfristig noch ein tagestief liegen das sind auch zwinglos im trend der hier im kleinen trend im kleinsten trend der hier gelaufen ist das ist die marke bei 8,72,555 weitere level zur unterseite hin ist das was wir hier haben was ich ihnen markiert habe hier das ist das was wir untergeordnet auch im swing sehen hier das ausbruchslevel wo dieser trend entstanden ist um die marke von 8,69,3 beziehungsweise hier dieses kleine low bei 8,61,300 ich sehe wir bekommen auch noch weitere zuschauer rein das freut mich remu olav danke für die grüße guten morgen auch von meiner seite machen wir hier weiter noch mal kurz mit dem blick in die stunde hier ist es halt sehr sehr wichtig dass man wenn man tradet die richtigen zeiteinheiten mit in betracht zieht und das ist halt hier das ist momentan die richtung die nach oben gegeben wird dieser aufwärtstrend ist intakt und in diesem stundenaufwärtstrend sehen wir hier untergeordnet auch einen trend laufen und der wird uns jetzt so ein bisschen die richtung vorgeben ob wir tatsächlich den ausbruch über dieses hoch hier nachhaltig schaffen dann läuft dieser bewegungstrend weiter ansonsten dreht es rum und wir sehen dann hier die faktoren die wir nach unten liegen haben im kleineren verlauf das also hier an dieser stelle zum währungspaar us-dollar norwegische krone und damit gehen wir rüber in den rohstoffbereich wti zieht aktuell wieder an das war gar nicht so zu erwarten als ich den markt hier vorbereitet hatte warum nicht wir sehen es hier auch noch mal mit einem etwas näheren blick in den markt wir haben hier einen validen abwärtstrend laufen und dessen korrektur zeigt sich so ein bisschen in form eines gleichschenklichen dreiecks und wenn wir gleichschenkliche dreiecke innerhalb von laufenden abwärtstrends drinnen haben sind das eher bärische zeichen das heißt man kann eher damit rechnen dass der markt hier in die abwärtsrichtung trendiert das heißt dass der bruch nach unten kommt das ist oft so nicht immer so aber oft aus diesem grund muss man das gesamte bild in auge mit behalten und wichtige stellen sozusagen finden heißt also hier muss man auch schauen was man traden möchte intra d hat das oft nicht ganz so eine hohe relevanz wie im swing bereich wenn man in diesen trend hinein tradet von der seite her im swing bereich ist es wichtig was passiert nach unten hin wird es nach unten gebrochen das dreieck dann haben wir die nächsten anlaufpunkte hier das wäre dann die trendfortsetzung auch dieses laufenden abwärtstrends hier da haben wir das trend tief im bereich um die 60 dollar wir sehen es hier unten wir haben es geschrieben am 6. mai also diese woche montag im low bei 59,98 und seitdem sage ich mal dümbelt der markt hier so seitwärts rum ich habe das mal markiert wir haben hier einen bereich wo der markt immer wieder reingeht das ist die marke um die 1 um die 61 60 61 70 da schwingen wir immer so hin und her und das ist so ein bereich wo wir ja kleben sozusagen und da kommt es halt jetzt wirklich drauf an was der markt hier macht wie schon gesagt das optimale szenario wäre jetzt hier in diesem rahmen das dass wir den bruch nach unten sehen wir sehen hier dieses hin und her getinge wenn es jetzt wirklich nach oben geht brauchen wir definitiv eine bestätigung das heißt jetzt per sofort würde ich persönlich noch nicht in die long richtung kurzfristig investieren da brauchen wir noch eine bestätigung des ganzen setups weil wir haben ja gesehen die spikes nach oben sind immer mal gekommen aber der markt lief immer wieder weiter zurück mit blick nach oben wenn der ausbruch kommt wir sind ja schon über das tageshof von gestern drüber gelaufen dann hätten wir hier die oberseite der außenkerze des außenstabes bei 62,90 und wenn es darüber läuft möglicherweise als nächsten anlaufwert nach oben hin die 63,60 möglich ist hier alles das spricht dann dafür dass wir eine ausdehnung der aktuellen regressiven phase bekommen und die kann ja nach adam riese innerhalb vom trends immerhin bis dahin laufen wo der trend hier sein korrektur hoch hat und das wäre der bereich von 64,66 hier in diesem markt wenn die seitwärtsbewegung nach oben läuft und das ganze schauen wir uns wie immer noch in den kleineren zeiteinheiten an heißt also hier in der stunde da sehen wir auch nichts anderes wie am tag wir haben hier seitwärts gehangelt tingel tingel hin und her und hier ist es jetzt interessant an dieser stelle zu sehen wir sind jetzt nach oben ausgebrochen das sehen wir ja hier und da kommt es jetzt darauf an wie sich der markt weiter verhält da ist das was ich gesagt habe da möchte ich gerne die bestätigung noch mit haben in diesem kontext sind wir jetzt hier hochgelaufen wir sind hier runtergelaufen und dann entsprechend wenn wir es bekommen die stärke wieder rein die umsatzstärke dann müssen wir hier oben drüber trenden das heißt wenn der markt tatsächlich hier über dieses level laufen sollte dann wäre es gut möglich mit blick auf den stunden chart dass sich das ganze noch etwas nach oben mit ausdehnt kurze knappe händler also nicht knappe händler aber kurzfristige trader nehmen sich diesen trend der hier läuft mit rein hier unten war das umkehrsignal da kam der schub mit schmackes schon hoch die fünf minuten haben es uns hier gezeigt auch hier fehlt jetzt noch so ein kleines bisschen die bestätigung aber hier das ist auch wieder so ein korrektursignal dieser starke abwärtskanal nach unten aus dem stunden trend wer sich das im kleinen anschaut hier das war der kanal hier kam jetzt der schub mit schmackes raus und auch da gibt es noch keinen abwärts trend aufwärts trend das heißt was wir hier definitiv in den fünf minuten sehen ist die regressive phase dieser letzten bewegung interessant wird es dann wenn wir folgendes sehen wo auch immer es startet interessant wird es für die long richtung wenn die fünf minuten halt genau das machen dann setzen sich die fünf minuten erstmal nach oben fort und das wäre dann der schub den wir in der stunde auch nach oben sehen würden im kleinstbereich sozusagen wenn wir den stunden trend nehmen also diesen trend den ich hier eingezeichnet habe also nicht diesen ganzen langen schub sondern dieses kurzfristige hier das trendet nach oben das wäre dann interessant da muss man immer sehen welchen eigenen zeithorizont man hat das ganze gut und gerne zum traden mit zu nutzen das also zu den drei handelsideen von heute ich schaue gerade in die chats fragen momentan noch keine wer welche hat bitte nicht scheu sein bitte direkt hier hinein posten in die entsprechenden foren dann können wir gleich auch auf die wunschscherz eingehen ansonsten machen wir weiter hier mit blick in das was wir hier in der woche gesehen haben das heißt ein kleiner rückblick auf aktuelle termine der woche da gab es nicht ganz so viele hochwichtige termine die wir hier im kalender mit zahlen hatten interessant war zu sehen dass wir hier an dieser stelle deutlichen abnahme oder einen deutlichen rückgang der rohe lagerbestände hatten hier wir hatten ja eigentlich mit einem zuwachs die analysten hat mit einem zuwachs gerechnet es war dann aber ein deutlicher rückgang von fast vier millionen barrel die wir hier hatten das war schon ganz ordentlich riesengroßen impact auf die märkte hat das thema jetzt nicht gehabt was war diese woche noch wichtig ich glaube wichtiges war das was herr trump gesagt hat das hat die märkte bewegt also was ich jetzt meine ist nicht unbedingt vom content wichtig sondern einfach das was die märkte gemacht haben aus den nachrichten das hat halt für ordentlich impact gesorgt dann hatten wir am mittwoch eine rede von ezb-präsident tragi das hat nicht wirklich content gehabt der den markt massiv bewegt hat hier an dieser stelle der euro ist auf der stelle geblieben da ist nichts wirklich passiert etwas anders sah es dann gestern aus als herr paul gesprochen hat da kam es dann schon ordentlich zu bewegung das heißt es ist auch immer schön wenn man sich um diese momente wenn man die gut planen kann und das traden möchte gut um diese zeiten auch vorbereitet und dann mit den bewegungen des marktes auch agieren kann also das war hier der blick in die wichtigsten nachrichten dieser woche das natürlich nie 100 prozent vollständig das möchte ich an der stelle auch mit dazu sagen sondern das ist ja immer nur ein kleiner ausblick oder beziehungsweise ein kleiner rückblick auf die mengen an nachrichten die wir in der handelswoche auch immer mit bekommen und wo wir gerade bei nachrichten sind schauen wir doch was wichtig ist für die nächste woche auf der agenda steht hier wieder mit blick in die eurozone in die usa in china und auch auf großbritannien da gibt es nächste woche einige nachrichten sehen wir hier an dieser stelle hier wir bekommen die durchschnittseinkommen aus großbritannien und die arbeitslosen änderungen das alles am montag am montag gibt es auch den zew index hier bei uns in deutschland da haben wir ja mittlerweile deutliche bremssporen hört man immer wieder in den nachrichten nächste woche kommen hier diese zahlen wir sprechen nächste woche freitag auch über diesen konjunktur index also über die daten die hier veröffentlicht wurden das machen wir wieder zusammen am freitag aus china bekommen wir informationen zur laufenden industrie produktion dann kriegt das inlandsprodukt das brutto inlandsprodukt aus deutschland und die einzelhandelsumsätze in den usa dann am mittwoch auch wie jede woche die rohöl lagerbestände es gibt die baugenehmigung aus den usa der filifed herstellungs index wird veröffentlicht und dann gibt es nächste woche hier mit blick in die eu noch den verbraucherpreis index also hier thema inflation die zentralbank möchte die inflation ja gerne in richtung zwei prozent sehen und auch etwas darüber momentan schwächelt das ganze nämlich etwas und da sind wir gespannt wie die aktuelle lage hier auch ist das also der blick in die kommende woche und jetzt gehen wir mit dem blick der kommenden woche zurück in die charts und machen mal den großen chart check hier an dieser stelle beziehungsweise wir schauen auch noch mal auf das ein oder andere set up und ich habe diese woche ja ein set up gepostet oder beziehungsweise hier im rahmen der morgendlichen ideen vorgestellt im buchsel ja was soll ich sagen ich bin gefragt worden warum ich sowas auch immer mal wieder mit aufnehme das hat was mit dem thema diversifikation im portfolio zu tun wir haben ja verschiedene anlageklassen wir haben hier was wir bei ticken wir sehr schön und zu sehr sehr guten konditionen und auch mit einer sehr sehr hohen liquidität traden können sind die währungen wir können die indizes traden da haben wir auch eine breite mischung wir können den rohstoffbereich traden da haben wir hier als vertreter das gold das silber und das öl und wir haben halt den zinsmarkt und das sind alles tradbare momente und das ist halt wichtig dass man sowas immer mal auf dem schirm hat und wir haben ja vor ja ein paar wochen haben wir über den buchsel schon mal gesprochen als wir hier oben in diesem wichtigen widerstandsbereich reingelaufen sind und hier diese umkehr kerze gekommen ist das war ein deutliches signal vom markt dass es erstmal nicht weiter nach oben gehen sollte das heißt hier schauen wir da gab es das umkehrsignal hier lief der dax dann nicht der dax entschuldigt der buchsel nach unten der buchsel ist übrigens der fgbl das heißt das sind die lang laufenden zinsen hier bei uns in deutschland das umkehrsignal wurde bestätigt und wir sind schön nach unten rein gelaufen und wir sehen es wir haben hier untergeordnet diesen aufwärtstrend gehabt und dieser ist komplett in seiner letzten bewegung auch korrigiert worden da sieht man welches potenzial auch im zinsbereich dahinter liegen kann und jetzt sehen wir hier der markt ist wieder mit stärke reingekommen hat hier den ersten schub gemacht das war erst mal nur korrektive phase dieser abwärtsbewegung mit blick auf dieses große bild allerdings schon wieder die richtige richtung dann kam es zur korrektur und hier oben konnte man schön eine leichte abwärtstrend linie einzeichnen das ist also etwas für sage ich mal die trader die auch gerne mal früh in einen markt reingehen heißt also wenn sowas hier gebrochen wird dann ist das häufig schon mal ein gutes zeichen und hier oben drüber ist dann der untergeordnete aufwärtstrend gebildet worden und dessen dynamik hat dann halt die chance erst mal so einen trend zu brechen also für das kurzfristige trading ist das gut und gerne nutzbar und das zweite was hier zwischenzeitlich dann irgendwann kommen kann ist wenn sich dieser aufwärtstrend den wir hier am laufen haben ich zeichne den mal ganz kurz fort wenn dieser sich fortsetzt das heißt wenn wir hier die situation sehen dass hier wir möglicherweise eine korrektur sehen das umkehrsignal gab es ja gestern wenn das bestätigt wird kann es hier etwas weiter nach unten gehen und wir laufen dann rüber in die märkte und aus der korrektur weiter nach oben das wäre dann ein zeichen dass wir hier nach oben hin wieder in richtung der knapp 195 euro laufen interessant aus dem blickpunkt weil wir die wirtschaftliche situation haben wer versteht wie diese sage ich mal zinsmärkte arbeiten es ist ja so wenn die zinsen steigen fällt so ein markt und umgekehrt und wir sehen jetzt eher aufgrund der wirtschaftlichen situation langfristig wieder etwas niedrigere zinsen das heißt der druck ist dort weg und aus diesem grund sieht man hier den anstieg des ganzen und das sind so sachen da kann man aus den fundamentalen daten sehr sehr gut und gerne hier entsprechend auch schlüsse ziehen und wenn der markt das dann auch noch spielt dann kann man sich als trader sehr sehr schön auf diese stelle setzen also sie sehen man kann immer wieder geld verdienen wenn man auch eine breite diversifikation im portfolio hat und sich daran hält was der markt hier spielt dafür machen wir das ja jeden morgen um ihnen die einzelnen informationen um märkte im fokus zu geben und sie dann ihre setups einfach mit traden können das also dazu zum dax kommen wir gleich den habe ich heute direkt auch auf der agenda natürlich wieder in der großen chartbesprechung und nachher auch im zweiten teil wo wir den dax mal so ein bisschen aus emotionaler sichtweise anpacken wie man jetzt mit dieser aktuellen ja phase auch gut im dax zurecht kommen kann also hier der nächste markt hier wir starten mal ja ich habe gerade s&p drauf da würde ich sagen bleiben wir gleich am us markt starten wir mit dem us markt hier drauf in den ja großen blick des marktes mit hinein was sehen wir hier wenn wir uns jetzt einfach mal ganz entspannt zurücklehnen wir haben hier einen markt der sehr schön nach oben trendet wir haben hier oben bei 2958 jetzt hätte ich dem s&p bald 29.000 29.000 punkte verpasst das wäre natürlich der knaller gewesen nein es sind 2958 punkte im top gewesen jetzt läuft der markt nach unten heißt also an dieser stelle das was wir hier momentan sehen ist einfach nur eine korrektive phase dieses trends den ich hier eingezeichnet habe also mit blick mit dem mittelfristigen blick auf diesen markt ist hier alles in ordnung aber kurzfristig können wir unter umständen auch noch deutlich tiefere preise sehen weshalb ich habe das gestern schon mal vorgestellt oder vorgestern in einem unserer letzten webinare wir haben das letzte korrektortief hier unten an dieser stelle liegen ich hänge da auch gleich mal noch ein preisschnittchen dran also hier unten irgendwo der bereich um die 2700 knapp 90 punkte das ist das tief hier unten gewesen ganz grob ich kann es auch noch genau sagen für die dies wissen wollen das low lag bei 2784 punkten da ist das tief gewesen an dieser stelle dahin kann der markt ohne probleme laufen ohne diesen aufwärtstrend kaputt zu machen das ist also ein wichtiges indiz das ist nummer eins was wir mit blick aus kurzfristiger sicht auf so einem markt immer auch beachten müssen ist wir haben jetzt hier wenn wir uns nur mal den tageschat anschauen wir haben jetzt hier eine sehr sehr weit gelaufene bewegung und da gibt es immer schon indizien dass so ein trend auch mal wieder korrigieren kann das sieht man beispielsweise hier wenn man so einen starken abverkaufstag hat wie hier dann ist das erstmal ein erstes zeichen was hat hier das erste zeichen gegeben schaut euch das mal an wir haben hier an dieser stelle einen sehr sehr steilen trendkanal oder sehr sehr engen trendkanal der nach oben gelaufen ist und der ist hier nach unten rausgenommen worden ich zeichne zur besseren sichtbarkeit den kanal den ich hier meine einfach mal an nur um das kurzfristig mal zu zeigen das heißt hier kleinen augenblick hier haben wir entsprechend den kanal gehabt der war wie schon gesagt relativ eng und der ist halt nach unten weggebrochen worden das war mal das erste indiz dafür dann kam wieder stärke rein von der seite her alles noch in ordnung dann wurde es aber gebrochen der stundentrend ist deutlich in die abwärtsrichtung gegangen und dieser aufwärtstrend den wir hier sehen das ist auch das was wir schön in der stunde sehen der ist gebrochen das war die initialzündung hier zu diesem thema dass wir eine gegenbewegung bekommen die läuft jetzt die nachrichten die wir von trump hören die wirken natürlich auch noch auch das thema iran mit dem thema atom streitigkeiten die es dort so geben sollte schweres wasser und so weiter und so fort das ist nicht alles hilfreich für eine positive marktentwicklung das heißt unabhängig von dem was wir jetzt aktuell aus wirtschaftlicher sicht hier sehen ist es halt nicht einfach auch das thema handelsstreit mit china da sind ja die die amerikaner und die chinesen gerade auch hart am verhandeln mal sehen wie es daraus kommt das spielt der markt momentan nach unten das heißt wir sehen hier ein großes bild einfach erst mal nur eine korrektur sehr sehr spannend wird es wie es weiter geht wir sind jetzt erst mal mittendrin hier im ausbruchslevel die marke hier 2860 punkte hier sind wir momentan am an einem drehbereich wo wir sehen es kommt immer mal auch wieder stärke rein aber wir haben hier noch keine entscheidung getroffen das heißt es gibt auch noch kein signal kein nachhaltiges signal dass die märkte jetzt schon wieder nach oben drehen das kann sich jederzeit ändern es kann aber auch noch deutlich nach unten gehen das heißt wir sind momentan irgendwo mittendrin das bitte zu sehen mit blick auf das gesamtbild hier im tageschart im s&p 500 und wo wir gerade im s&p 500 sind möchte ich gerne auch noch mal auf das große bild schauen das heißt wenn wir uns das ganze mal in der woche anschauen dann sehen wir hier auch folgendes auf dem wochenchart sind wir hier einfach wie am schnürchen seit weihnachten vergangenen jahres nach oben gelaufen also hier massiv stark nach oben ohne ordentliche deutliche korrekturen zu haben jetzt sind wir hier oben am allzeithoch ähnliches haben wir hier drüben auch gesehen wir sind hier übers allzeithoch drüber gegangen hier drüben an dieser stelle und danach sind wir erst einmal in die tiefe korrektur abgetaucht ich will jetzt hier um gottes will nicht sagen wir kriegen jetzt gleich wieder einen bärenmarkt weit weit gefehlt also da gab es hier auch an dieser stelle schon noch ganz andere komponenten wenn man sich das mal anschaut wie lange dieser anstieg gedauert hat dann ist dieser anstieg hier bei weitem nicht vergleichbar die situation ist eine ganz ganz andere aber es ist halt ein bereich wo man sehen muss der markt hat hier unten von seinem tief wir haben das tief gehabt bei ja 2400 punkte ist hier angestiegen auf über 2900 punkte also knapp 3000 punkte das ist eine hausnummer das ist eine ganze menge weg die da zurückgelegt wurden und irgendwann atmet so ein markt dann einfach mal durch und das sehen wir dann halt hier direkt genau wann der markt gedreht hat und dass er jetzt einfach etwas korrigiert spannend wird es halt wirklich zu sehen wir haben hier eine massive umkehr kerze auf wochenbasis die sieht nicht schick aus extrem hohe volatilität aber wenn wir halt diese kerze nach unten sehen dass der markt weiter runter läuft auf wochenbasis dann müssen wir halt auch davon ausgehen dass der markt möglicherweise die starke aufwärtsbewegung in der woche korrigiert und wie weit die laufen kann man weiß es nicht aber es ist halt entsprechend auch raum da wenn man beispielsweise mal die fibonacci anlegt hier in diese richtung rein man hat die 50% fibonacci marke hier um den bereich von 2650 punkten also es gibt eine menge raum in beide richtungen nach oben und nach unten wir müssen jetzt erstmal hier sehen mittelfristig wie es ja weitergeht kurzfristig sage ich immer gott sei dank dass wir mittlerweile auch short traden können das geht ja für uns private trader auch das heißt wir sind einfach flexibel bleiben ruhig und machen was der markt macht dann traden wir halt short auch kein problem wir können es ja vor allen dingen hier bei einem guten broker wie es tickmel ist das also der blick hinein in den s&p 500 dann gucken wir uns das ganze spiel mal noch im technologielastigen index an hier da gucken wir uns auch nicht erstmal die woche an wobei die woche auch interessant ist das bild was wir hier im technologielastigen index sehen fernando guten morgen was wir im technologielastigen index sehen heißt hier oben auch drüber über diesen wichtigen bereich übers allzeithoch jetzt korrigiert auch wieder so ein bisschen wichtige marken sind hier angeknackst wurden dann kam wieder stärke rein das heißt zum großen bild können wir eins zu eins auch das nehmen was ich gerade im s&p 500 gesagt habe und jetzt blicken wir hier mal in den tageschart hinein und im tageschart sehen wir auch wieder entspannt zurücklehnen keine panik bitte an dieser stelle macht euch einen plan tradet den plan wir sehen hier einen laufenden aufwärtstrend der weit in seiner bewegung stand und der jetzt einfach auch mal ein stück weit korrigiert also keine panik das was wir hier sehen ist normal alles im grünen bereich wir können dem trend ganz normal folgen stundentrend ist abwärts gerichtet wir sehen hier erst einmal auch den test dieses ausbruchslevels hier um die marke von knapp 7500 punkten hier dieser bereich das ist der den ich meine hier haben wir die trendfortsetzung gehabt wie schon gesagt wir haben hier eine weit gelaufene bewegung gehabt wir hatten erst ein bisschen so konsolidierung auf hohem niveau aber wenn man es hier auch mal sieht da helfen diese trendkanäle schon auch sehr wenn man uns das ganze mal anschauen hier an dieser stelle das war der steile aufwärts laufende trendkanal der letzte schub der wurde halt hier rausgenommen es kam zur bestätigung gut es hat auch mal ein bisschen was hin und her gezappelt aber im großen gesammelt sehen wir jetzt hier einfach lediglich die korrektive phase und das ist doch ganz normal ungesund für so einen markt und gesund nicht ungesund sondern und gesund an dieser stelle und hier noch einmal einen kleinen blick ich gehe gleich im spezialteil im edukativen bereich auch noch mal darauf ein was jetzt hier los ist ob man schon wieder in die longs investieren kann oder nicht wer mit trends handelt also normalerweise können können sie machen was sie wollen sie können immer long oder immer short handeln das ist ja völlig egal wenn die strategie passt und sie damit erträge machen alles gut ich habe halt gelernt mit trends zu handeln ist viel viel entspannter und viel viel einfacher und hier an dieser stelle wo wir jetzt gerade stehen muss ich mir als händler einfach die frage stehen welchen trend haben wir in der stunde hier ist ein abwärts trend wie habe ich zu handeln in einem abwärts trend eher die abwärts richtung aber es gibt auch möglichkeiten die korrektive phase zu handeln und da müssen wir halt die verortung anschauen wenn wir hier unten stehen gerne mal in kurzfristiger trade in die long richtung wenn wir hier oben stehen hervorragend für die short richtung hier wo wir jetzt stehen würde ich erstmal entspannt abwarten was würde ich warten oder auf was warte ich in solchen situationen hier wie schon gesagt hier das ist ein kleiner aufwärts trend gewesen der ist jetzt gebrochen worden jetzt gibt es die gegenbewegung und wenn der ganze spaß wieder rumdreht dann haben wir gute chancen die unterseite zu testen müssen wir abwarten was der markt hier spielt und auf den eigenen persönlichen zeithorizont auch zurückgehen das also zum kurzen blick in den technologie index und jetzt schauen wir uns den dax nochmal an des deutschen liebes kind ist auch absolut in ordnung der lässt sich ja auch handeln alles kein problem hier im dax so wer jetzt nochmal kurz die worte revue passieren lässt was ich zu den us amerikanischen indizes und zu den trends gesagt haben der wird sehen läuft einfach nur eine korrektur im laufenden aufwärtstrend wir haben hier einen bereich der momentan etwas als support bereich gilt das ist hier die marke um die 12.000 punkte da geht es auch immer mal ein bisschen drunter das ist völlig normal heißt also hier diese marke hat jetzt erst einmal dafür gesorgt dass sich immer wieder käufer gefunden haben also hier beide vip da geht es dann immer wieder mal ein stück weit hoch rein theoretisch könnte der markt hier an dieser stelle auch ohne weiteres hier runter bis zum korrektur tief traden das heißt die korrektur haben wir ja hier unten liegen irgendwo um den bereich ja knapp nageln sie mich nicht fest aber die 11.800 punkte marke kann hier schon eine rolle spielen da hatten wir das korrektur tief und interessanterweise hatten wir dieses korrektur tief halt auch genau hier am ausbruchslevel das ist der weg der mit sicht auf diesen trend ohne weiteres auch da bleiben kann das heißt solange wie wir hier diesen trend noch haben gilt es halt die richtung ist aufwärts im übergeordneten bild das was wir hier sehen ist die korrektive phase und die kann ja auch jederzeit wieder rumdrehen und das ganze dann wieder tradbar in die long richtung machen wenn wir schwäche rein bekommen dann selbstredend einfach nach unten traden wohlwissend der markt hat noch etwas platz im sinne der korrektur brechen wir das ganze dann gehen wir hier auch im dax in die phase über dass man sagt wenn wir uns mal die woche anschauen die woche ist im dax auch sehr sehr weit nach oben gelaufen wenn wir den tagestrend nach unten hinweg brechen dann geht die korrektive phase im wochenchart in die nächste runde und damit hätten wir dann das potenzial erst einmal noch nach unten thema sell in may and go away dann müssen wir uns halt noch deutlich mehr auf die short seite konzentrieren aber ansonsten blicken wir im tagestrend weiterhin in einen intakten aufwärtstrend der kurzfristig korrigiert es ist hier unten spiky es ist nicht ganz so einfach zu handeln wir brauchen da die richtigen sag ich mal strategien und darauf gehen wir auch gleich im edukativen part ein wie man ruhig bleibt und die richtigen strategien in den richtigen momenten handelt das machen wir gleich im zweiten teil das heißt an dieser stelle gehe ich jetzt kurz in die pause schalte die aufnahme kurz ab gehe auf facebook raus dass wir wieder ein zweites video machen können das dann allen auch zur verfügung steht und damit sind wir in zwei drei minütchen wieder live auf sendung hier mit ticmel bleiben sie dran wir machen gleich weiter ja